Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Kato, der Kalakur Scheiße. Und das hier ist Poppy Playtime. Alex, schön mal einmal drüber scrollen, damit die Leute den Namen auch sehen. Poppy Playtime! Es soll so ein bisschen Horror sein. Ich weiß nicht, ob wir die Musik brauchen. Wir machen die Sounds auf jeden Fall richtig, die knallen wir ja nach oben. Ich weiß halt nicht, wie das musikalisch wird. Also es kann sein, dass es musikalisch, ähm... Dass das musikalisch, ähm, nicht sein muss. Nicht wahr? Ja, die Einstellungen sind alle scheiße, wie ich gerade sehe. Wallah, Krise! Oh, hier hat jemand richtig den Monitor ges... Was ist denn das jetzt? Zurück! Hä? Ich hab das Spiel kaputt gemacht! Wallah, Krise! Ja, ich will jetzt auch gar nicht lang schnacken rein! Dit ist irgendwie dit neue Vieh hier. Wird uns allen, äh, so ein bisschen den Garaus machen soll. Poppy Playtime! I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! What are you waiting for? Das ist nämlich so ein bisschen an Toy Story. Ich hab nämlich letztens die ganzen Toy Story-Filme geguckt. Da hatte ich als kleines Kind auch ein bisschen Schiss. Find the floor. Everyone thinks the stuff disappeared ten years ago. We are still here, find the floor. Ich weiß halt nicht, ob ich mich heute richtig verjagen werd, oder ob das jetzt hier... Aber ich bin ja mittlerweile auch... Ajo, ich muss ne... Muss ne... Muss ne... Farben... Farbkombination aus vier Sachen finden. Was will ich denn hier? Also es gab jetzt im Trailer dieses... Ja, komm mal vorbei, guck dir an, wie die Scheiße läuft. Au revoir. Hi, my name is Leif Pierre. And I'm the head of innovation here at the Playtime Code Toy Factory. This facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. Got my warning. It's not too late to turn around. Ich hab gesagt, es ist never too late to turn around. Und jetzt hab ich hier so putz... Jetzt wird's eklig. Das Spiel war ne Minute ganz okay. Jetzt muss ich sagen... Riese. Ich muss kurz schnell kratzen. Ach, da ist die Lokomotive. Grün, pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot. Da muss ich bestimmt grün, pink, gelb, rot da hinten machen. Ich hab ja die Intelligenz mit Löffeln gefressen, ne? Ich bin auch so fett. Schlaue Menschen sind fett. Ja, ich sag mal so. Also, es ist grün, pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot. Ich bin einfach so schlau, wirklich. Und rein. Grabpack. Titan the Straps. Hold both cannons. Oh. Pull trigger to fire. Pull again to retract. Pull the grip onto objects. Only fire at small objects handles. Do not fire at co-workers. This may cost injury. Der hat einfach den Kopf abgerissen. Wire is conductive. Use for wiring. Thank you. Jo, dann geh mal her hier die... Junge, ist das witzig. Kann ich hier den Arsch drücken hier? Aha. Das Spiel ist mir zu einfach. Die Sounds mag ich aber nicht so. Moin. Servus. Gut, also hier links kann ich rein. Ich hab so ein bisschen Angst, dass hier gleich alle... Guck mal, hier sind nämlich... Hier fehlen schon ein paar. Das ist nicht so geil, muss ich sagen. Ist ding. Gut, dann geh mal hier rein. Ach, da oben. Robert. Das ist ein dreieckiger Schlüssel. Wo komm ich da mit rein? Power ist Dreieck. Da hat sich was bewegt. Das ist dann eine gleiche Scheibe. Keine Feucht. Alles im grünen Bereich. Es passiert hier ganz lange nichts. Und dann krieg ich einmal ein Gewisch gleich. Und dann sterbe ich wieder. Ah, we have the power back. Wo ist er jetzt hin? So, jetzt kommen wir hier noch rein. Weil jetzt dürfen wir endlich... Das Spiel ist mir zu einfach. Make your friend. Oh nee. Da war er gerade, ne? Abbruch. Darf er gar nicht drehen? Doch. Oh nee, so ein... Ich habe halt schon wieder 100 Jahre kein Horrorgame gespielt. Ich weiß auch warum. Lauf, 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 lauf. Auf die Büchse. Gelbes Tape. Wo ist das gelbe Tape? Remember to take breaks. I take a break from life. Ich habe mir hier gerade einen Kopf rangeholt. Aber hier ist schon wieder gelb und grün. Also wahrscheinlich auch dann noch andere Farben, wo ich durchswitchen kann. Da oben ist auch noch so ein Ding. Letternlein erreicht. Ich brauche noch die rote Hand. Ja, aber dann kann ich doch hier bestimmt einfach aufmachen. Ja. Wie ich wieder hoch. Montiere da die Dinger dran, ne? Da ist mal eine andere Hand drin. Da ist der Red Hand. Jetzt habe ich Bede. Das ist ja einfach nur Fanny. Wo ist das gelbe Tape? Ja, scheiß drauf, Dinger. Wir gehen jetzt hier runter. Ciao. Was ist das denn hier? Den Käse. Ach so, jetzt muss ich wieder Strom leiten. Ah, das Ding ist so kurz. Ah ja. Okay. Ah, we got it. Ja, 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 ja. Das ist in Ordnung. Das ist auch okay. Okay. Our founder, Elliot Dudwig, was a visionary. 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 The Make-A-Frint Machine is one of the most creative, impressive, and advanced. It is solely responsible for nearly every Playtime-Code toy sold on the market this today. To this day. To this day. This machine can do all that and more. Ah, mein Kabel ist nicht lang genug. Wir müssen den hier rüberziehen. Zack. Dann gehen wir hier nicht rum. Und dann kommen wir hier an. Und dann kommen wir hier. Und dann kommen wir hier. Und dann kommen wir hier. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab ne Idee. So. Und dann. So. Ne, scheiß. Mir hab ich gedacht, ich bin schlau. Aber irgendwie bin ich doch nicht schlau. Warte mal. Das geht doch. Das ist doch. Das geht. Nimm den. Nimm den. So. Der bleibt nicht an, wa? So. Weil jetzt sind die B den an. Und jetzt wollen wir da gleich hier den zackig machen. Wie soll das funktionen? Nobeln. Hängen wir hier nicht. Ja. Gut. Jetzt hängen wir hier. Krall das nicht. Das Spiel ist mir zu einfach. Also, wir haben hier die Nummer eins. So. Und die sollen in die zwei, dachte ich einfach nur. Aber jetzt sollen wir hier die Lämpchen noch anbutzen oder was? Oder wie? Ja, aber warte mal. Wir können den ja trotzdem umziehen. Und dann machen wir trotzdem den hier. Und dann soll das ja trotzdem... Und dann hänge ich hier wieder in der Luft. Ich kotze. Was ist denn das? Hey, los, Digga. Was ist denn das hier? Ich bin einfach so schlau. Wirklich. Jetzt ist mein Kabel wieder zu kurz. Und jetzt hänge ich wieder in der Luft. Ich kinkoge nach. Also, das Kabel ist nur mit... Ich kann es auch nicht mit dem rechten... Ich kann es mit dem rechten anfassen. Wenn das jetzt die Lösung ist. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das... Ja. So. Also, hier rum. So rum. Und dann? Ja. Mach es dran jetzt. Ja. Something special happened. Das hat jetzt klick, klack, bumm, bumm gemacht. Und nun? Aber ich kann hier immer noch nichts maken. Kann mir das Spiel mal sagen, warte, von mir will ich hier. Hör mal. Poppy. Mail time. Schneidest du alles raus, Alex? Wir müssen die Mühle hier zum Laufen kriegen. Aber ich hab doch den Strom angemacht. Robert. Robert. Wo ist denn hier? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wo ist das Scheiß-Problem? Die Lampen leuchten nicht mehr. Es ist alles Scheiße. Ich werd hier nicht erschrocken. Was muss ich machen, verdammte Axt, ey? Ich geh jetzt hier runter. Ich reile das nicht. Die Henkel haben wir hier schon zehnmal gezogen. Passiert überall nösch. Hier sind die Scheißdinger. Müll. Alles Scheiße. Knopf geht nicht. Da ist ne Lampe an. Aber wie kriegen wir hier die anderen Glupfsch-Augen an, oder wat? Muss man hier irgendwie am Rädchen drehen? Hallo? Kann man hier einen Knopf drücken? Nö. Spät. Ich hab mir jetzt ne Lösung angeguckt. Und da ist genau das, was ich hier gemacht hab. Ne halbe Stunde. Kabel hier. So, der ist hier sogar elegant rüber. Das Kabel hier auf dem Boden. Das macht hier den Strom. Das kommt da oben. Da hat der Peter das verlegt. So, und das leitet den Strom einfach nicht. Ich weiß auch nicht mehr weiter. So, dann machen wir jetzt einfach den hier. So, dann grebe ich mir das hier zurück. So. Ich kann da ja auch straight up hinlaufen. Das bringt ja nur nichts. So, weil der braucht hier diese Tesla-Spulen. Aber die werden nicht heiß. Was denn Scheiße, ey? Oh, ich kotze mich selber an. Ich kann nicht so viel saufen, wie ich kotzen will gerade. Wirklich. Da passiert nix. Die sind kaputt. Kann da mal jemand die Glühbirnen austauschen, oder was? Was denn eine Scheiße? So, dann hat es einmal gemacht. Hier. Und dann geht hier das Stromkabel. Und dann ist das da unten an. Und dann drückt man auf den Power-Knopf. Aber da ist nix. Kaputte Scheiße hier. Ich hab Bobby Playtime kaputt gemacht. Da brennen doch schon die Dinger durch. Kotze. Ich springe jetzt hier runter. Ich kann nicht sterben. Ich kann nicht sterben. Ich kann mich nicht mal umbringen. Das ist so eine Scheiße. Hier. Tschüss. Das war Bobby's Playtime. Richtig geiles Spiel. Danke fürs Zusehen. I need you alive. I need you to... Funktionier, du Scheißspiel. isolate von luzesische Shay. Tschüss. 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 Tschüss.